Es ist nicht immer einfach, sich um sich zu kümmern. Sei nie hart zu dir selbst, wenn du die Dinge, die du tun möchtest, nicht schaffst. Nimm einen Tag nach dem anderen, eine Stunde nach der anderen. Wenn du eine gute Sache in deinen Körper kriegst am Tag, dann ist es das, was du tust. Wenn du eine wirklich gesunde Mahlzeit in dich reinkriegst am Tag, dann machst du das. Oder eine Nahrungsergänzung, oder ein Zitronenwasser, oder eine Meditation. Aber sei nie hart zu dir selbst, wenn du etwas versäumst. Oder du hast das Gefühl, du kannst es an diesem Tag nicht schaffen und das nicht beenden, was du beenden wolltest, weil du viel zu tun hast, es passieren Dinge, oder du fühlst dich nicht motiviert. Nimm einen Tag nach dem anderen und realisiere, dass jede kleine Sache, die du machst, zählt, selbst wenn es nur eine Sache ist. Und Untertitelung des ZDF, 2020